Musik Eine Betrachtung des Wachtturm-Studienartikels Februar 2024 Was wir von den Nazireiern lernen können Jehovas Zeugen haben ein spezielles Verständnis von Glück. Was versteht man unter Glück? Unter anderem wird Glück definiert als Zustand des Wohlbefindens, ein verhältnismäßig langes Gefühl von Zufriedenheit bis hin zu tief empfundener Lebensfreude und den natürlichen Wunsch, dass dieses Gefühl weiter anhält. Zeugen Jehovas werden jedoch so manipuliert, dass sie leider erst Glücksgefühle verspüren, wenn sie die empfohlenen Ziele des treuen und verständigen Sklaven erreicht haben. Glück bedeutet für sie, der Organisation zu folgen, um Jehova ihr Bestes zu geben. Für sie gibt es nach Ansicht des treuen und verständigen Sklaven kein größeres Glücksgefühl als im Dienst für Gott, reduziert auf Zeiteinsatz im sogenannten Predigtdienst. Viele Glücksmomente für das kleine Glück des Einzelnen werden dir durch die Wachtturm-Gesellschaft geraubt, oder besser gesagt, als Hindernis Jehova, dein Bestes zu geben, gesehen. Glück findet ein Zeuge nur, wenn er Jehova sein Bestes gibt. Doch viele wachten auf, als sie feststellten, dass sie eigentlich nicht wirklich glücklich sind, sondern sich eher ausgelaugt und müde fühlten. Das mag auch der Grund sein, warum die leitende Körperschaft ihr Leistungsevangelium durch ihr Reduzieren der Stundenziele leichter machen wollte. Doch Jehovas Zeugen werden weiterhin mit fremdbestimmten Verpflichtungen dazu genötigt und manipuliert, mehr zu tun, als das, was nötig ist, um ihr Hingabegelübde zu erfüllen. Und genau deshalb wurde der Wachtturm-Studienartikel »Was wir von den Nazirehern lernen können« verfasst. Anhand der Nazireher sollen die Zeugen ermuntert werden, für Jehova besondere und zusätzliche Opfer zu bringen. Zitat Absatz 1 Bestimmt bedeutet dir deine Freundschaft zu Jehova sehr viel. Und damit bist du nicht allein. Schon seit biblischen Zeiten empfinden Menschen so und haben für Jehova gern Opfer gebracht. Im alten Israel traf das ganz besonders auf die Nazireher zu. Wer waren sie? Und was können wir von ihnen lernen? Bestimmt bist du bereit, wie die Nazireher mehr als das Übliche zu tun, so die Botschaft dieses Artikels. Befassen wir uns etwas näher mit dem Gelübde eines Nazirehers. Wie wir in 4. Mose Kapitel 6 erfahren, wurde das Gelübnis eines Nazirehers für eine bestimmte Zeitspanne gegeben, vielleicht für einen Monat oder ein Jahr. Die Bibel berichtet auch von Personen, die für ihr ganzes Leben von Gott erwählt wurden, das Gelübde eines Nazirehers abzulegen, wie Samson, Samuel und Johannes der Täufer. Im Absatz 3 wird dann die Frage gestellt, was haben wir mit den Nazirehern gemeinsam? Ja, diese Frage stellen sich bestimmt auch viele, die diesen Artikel lesen, denn wie der Artikel richtigerweise erklärt, wurde durch das Gesetz des Christus das mosaische Gesetz abgelöst und damit auch das Nazireher Gelübde. In Galater 6, Vers 2 erklärte uns Paulus, was es bedeutet, das Gesetz des Christus zu erfüllen. Einer trage der anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Damit wäre eigentlich die Frage, was haben wir mit den Nazirehern gemeinsam schon beantwortet? Nichts, denn wir leben unter dem Gesetz des Christus und Gott erwartet keine besonderen Opfer mehr von einem Christen. Es sei denn, er bestimmt Einzelne zu einer besonderen Tätigkeit. Und jeder, der meint, er müsse etwas Besonderes leisten, um Gottes Liebe zu erlangen, und sei durch sein Gelübde etwas Besonderes, betrügt sich selbst. Der Sklave sieht das aber anders. Für ihn scheint immer noch die Opferbereitschaft der Maßstab für einen eifrigen Christen zu sein. Zitat Absatz 3 Doch wie die Nazireher damals haben wir den starken Wunsch, Jehova mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Denken und unserer ganzen Kraft zu dienen. Das versprechen wir Jehova feierlich, wenn wir uns ihm hingeben und taufen lassen. Dieses Gelübde zu erfüllen bedeutet, sich nach dem Willen Jehovas auszurichten und Opfer zu bringen. Wenn wir uns jetzt mit dem Leben der Nazireher beschäftigen, lernen wir viel darüber, wie wir unser Gelübde halten können. Interessant ist auch die Fußnote dazu. Dort erfahren wir, dass das Beispiel der Nazireher in der Vergangenheit nur auf Vollzeitdiener angewendet wurde. Mit diesem Artikel sollen sich jetzt jedoch alle Zeugen angesprochen fühlen, also quasi neues Licht. Der treue Sklave zitiert Markus 12, Vers 30 und bringt die Frage der Schriftgelehrten an Jesus, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste mit der Taufe eines Christen in Verbindung. Doch in Markus 12, Vers 30 geht es nicht um die Erfüllung eines Hingabegelübdes. Die Antwort Jesu auf die Frage der Schriftgelehrten war, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Was wollte Jesus hier ausdrücken? Nun, nur einer der Schriftgelehrten verstand wirklich, was Jesus sagen wollte und sagte, richtig, Lehrer. Das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und ihn und auch seinen Mitmenschen zu lieben ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Markus 12, Vers 31 Es ging Jesus nur um die Liebe zu Gott und den Mitmenschen, nicht um Opferbereitschaft für Gott. Mit der Taufe verspricht ein Christ nicht, seine Liebe zu Gott durch besondere Opferleistungen zu beweisen. Die Taufe ist ein Zeichen seiner Einsicht, dass er als Sünder auf das Opfer Jesu angewiesen ist, um gerettet zu werden. Jesus hat sich ein für allemal selbst als Opfer dargebracht. Und damit ist die Zeit der Opfer vorbei. Das Einzige, was wir als sündige Menschen zu tun haben, ist, dieses Opfer dankbar und glaubensvoll anzunehmen. Doch der Sklave fordert weiterhin von jeden getauften Zeugen Opfer zu bringen, indem er die Opferbereitschaft eines Nazireas bis ins Einzelne in seinem Sinn interpretiert. Zum Beispiel musste damals ein Nazireer geloben, auf Alkohol und auf alles, was vom Weinstock stammt, zu verzichten. So wie ein Nazireer sollten Jehovas Zeugen bereit sein, auf alles zu verzichten, was ihm Freude bereiten könnte. Natürlich für Jehova. Nun mag jemand einwenden, Jehovas Zeugen bauen sich auch Häuser, fahren in Urlaub oder tun etwas für ihre Bildung. Richtig. Aber es wird erwartet, dass er solche Wünsche für Jehova hinten anstellt. Tatsächlich sorgt der Sklave dafür, dass sie wenigstens ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Jehova nicht ihr Bestes geben. Natürlich wissen wir, das Leben eines Christen ist nicht immer Eitel-Sonnenschein. Das bedeutet, dass er notgedrungen auf gewisse Annehmlichkeiten verzichten muss und sich dessen bei seiner Taufe auch bewusst war. Von daher ist die Aufforderung im Absatz 4, sei bereit, Opfer zu bringen, unnötig, es sei denn, man erwartete etwas, was über das Normale hinausgeht. Und genau so ist es, denn im Absatz 5 lesen wir, Zitat, Absatz 5 Frage Zu welchen Opfern waren Madian und Marcella bereit und warum? Auch wir verzichten auf so manches, um uns mehr für Jehova einsetzen zu können. Wie wird das am Beispiel von Madian und Marcella deutlich? Da Madian gut verdiente, konnten sich die beiden eine schöne Wohnung leisten und führten ein komfortables Leben. Doch sie hatten den Wunsch, mehr für Jehova zu tun. Also beschlossen sie, ein paar Veränderungen vorzunehmen. Sie senkten ihre Ausgaben, zogen in eine kleinere Wohnung und verkauften ihr Auto. Diese Opfer mussten sie nicht bringen. Sie entschieden sich freiwillig dafür, um ihren Dienst auszuweiten. Madian und Marcella haben ihre Entscheidung nicht bereut und sind glücklich und zufrieden. Ja, darum geht es. Man erwartet sich mehr für Jehovas Organisation einzusetzen und nicht nur zu berichten, dass man in irgendeiner Form tätig war. Und damit auch jeder versteht, was gemeint ist und sich angesprochen fühlen darf, führt man die üblichen Beispiele aus der Neuzeit an, Glaubensbrüder, die bereit waren, auf Genuss zu verzichten. Okay, wir hatten ja schon eingangs darauf hingewiesen, dass die meisten der Zeugen Jehovas so manipuliert wurden, dass sie erst Glücksgefühle verspüren, wenn sie die empfohlenen Ziele des treuen und verständigen Sklaven umsetzen. So auch bei Madian und Marcella, die ja so glücklich und zufrieden sind, weil sie geben Jehova ja ihr Bestes. Im Absatz wird auch noch besonders betont, Madian und Marcella hätten sich freiwillig entschieden, ihren Dienst auszuweiten. Wirklich? Tatsächlich war Freiwilligkeit eine der Vorbedingungen für das Gelübde eines Nazirehers, eine Freiwilligkeit, die nicht auf das Drängen einer anderen Person oder einer Organisationsführung erfolgte. Wenn also ein Israelit damals tief bewegt das Gelübde eines Nazirehers auf sich nahm, so tat er es aus freien Stücken. Von daher ist das Beispiel eines Nazirehers aus vorchristlicher Zeit ungeeignet, um Christen zu einer besonderen Tätigkeit zu bewegen, weil, wie gesagt, sich jeder Christ bei seinem Taufentschluss bewusst war, auf gewisse Annehmlichkeiten verzichten zu müssen. Zusätzlich erbrachte Opfer sind eher ein Zeichen, dass man das Opfer Jesu als ungenügend ansieht. Und so ist auch die Frage, warum sind Christen heute bereit, Opfer zu bringen, überflüssig. Die Antwort zu dieser Frage wird dennoch auch gleich mitgeliefert. Zitat Absatz 6 Absatz 6 Frage Warum sind Christen heute bereit, Opfer zu bringen? Viele von uns bringen gerne Opfer, um sich mehr Freiräume zu schaffen. Jehova verlangt nicht von uns auf Dinge zu verzichten, die an sich nicht verkehrt sind. Dennoch sind manche bereit, bei ihrer Arbeit oder Wohnung Abstriche zu machen oder sie verzichten auf ein Haustier. Andere verschieben ihren Wunsch zu heiraten oder Kinder zu bekommen auf später. Wieder andere sind bereit, von Familie und Freunden wegzuziehen, um da zu helfen, wo größerer Bedarf besteht. Sie bringen solche Opfer gern, weil sie Jehova ihr Bestes geben möchten. Wir können davon überzeugt sein, dass für Jehova jedes Opfer, ob klein oder groß, sehr wertvoll ist. Deine Antwort So heißt es neuerdings vor jedem Absatz. Damit will man explizit darauf hinweisen, dass dein Kommentar, den du gibst, deine eigene Antwort ist. Du brauchst nicht mehr selbst nachdenken. Deine Antwort ist schon vorgegeben. So viel zum Thema Freiwilligkeit. Somit verurteilt sich jeder der Anwesenden selbst, der ein angenehmes Leben führt, nicht auf Kinder oder Haustier verzichtet und auch nicht bereit ist, seinen Freundes- und Familienkreis zu opfern. Auf alle Anwesenden wird so ein moralischer Druck ausgeübt. Ob sich einer der Anwesenden schämt, weil er sich wie die meisten der Anwesenden anders entschieden hat, ist eine Frage der persönlichen Wahrhaftigkeit. Nach meiner Erfahrung denken die meisten kaum darüber nach, dass sie sich selbst betrügen, egal wie sie auf diese versteckte Aufforderung reagieren. Entweder sind sie überzeugt, Jehova schon ihr Bestes zu geben, oder sie verzichten wie die Naziräer auf alles Angenehme des Lebens, in der Überzeugung, Gott einen besonderen Dienst zu erweisen. Beides ist Selbstbetrug, besonders wenn sie das Gelübde wegen eines schlechten Gewissens ablegen. Freiwilligkeit steht für einen Entschluss, der frei von äußeren Einflüssen erfolgte. Freiwilligkeit ist ein Begriff aus der Ethik, eine Reaktion aus freien Stücken, aus sich heraus, unaufgefordert, ohne Scham, sich anders zu entscheiden, ohne moralischen Druck. Ungeachtet dieser Tatsache, übt aber der Artikelschreiber weiter Druck aus. Siehe Absatz 9, Zitat. Frage Wie können wir dem Herzen Jehovas Freude machen? Deine Antwort Weil wir uns dem Willen Jehovas unterordnen, unterscheiden wir uns von den Menschen um uns herum. Wir brauchen Mut, um am Arbeitsplatz oder in der Schule zu sagen, dass wir Zeugen Jehovas sind. Je mehr es mit der Moral dieser Welt bergab geht, desto schwerer wird es wahrscheinlich, nach der Bibel zu leben und über die gute Botschaft zu sprechen. Denken wir aber immer daran, wenn wir den Mut aufbringen, anders zu sein, machen wir dem Herzen Jehovas Freude. Und weiter, Absatz 10 Welche Herausforderung brachte das in 4. Mose 6, Vers 6 und 7 erwähnte Erfordernis mit sich. In 4. Mose 6, Vers 6 und 7 heißt es, Während der ganzen Zeit, in der er für Jehova abgesondert bleibt, darf er nicht in die Nähe eines Toten kommen. Nicht einmal, wenn sein Vater, seine Mutter, sein Bruder oder seine Schwester stirbt, darf er sich verunreinigen. Nazirea durften sich keiner Leiche nähern. Das scheint auf den ersten Blick kein großes Opfer zu sein. Einem Nazirea waren auf diesem Gebiet Grenzen gesetzt. Besonders wenn es in der Familie zu einem Trauerfall kam, erforderte es starken Glauben, sich an das Gelübde zu halten. Natürlich, wenn es in der Familie zu einem Trauerfall kommt, benötigen wir alle einen starken Glauben, aus nachvollziehbaren Gründen. Doch die Frage, was müssen wir bei Familienangelegenheiten beachten, hat einen anderen Hintergrund. Siehe Absatz 11. Absatz 11. Frage, was müssen wir bei Familienangelegenheiten beachten? Als Christen nehmen wir unser Hingabe Gelübde sehr ernst. Das hat auch Einfluss auf Entscheidungen in Familienangelegenheiten. Es ist uns natürlich wichtig, unsere biblischen Verpflichtungen zu erfüllen, aber wir würden niemals die Wünsche unserer Familie über das stellen, was Jehova von uns erwartet. In manchen Fällen mag das bedeuten, den Familienfrieden ein Stück weit zu opfern. Natürlich ist es uns wichtig, unsere biblischen Verpflichtungen zu erfüllen. Wirklich? Nur, wenn die Interessen der Organisation nicht zu kurz kommen. Ehrlicher wäre zu sagen, wir würden niemals die Wünsche unserer Familie über das stellen, was Jehovas Organisation von uns erwartet. Dies wäre ehrlicher. Ich denke, das genügt, um zu verstehen, warum die Organisation das Naziräer Gelübde so ausführlich behandelt. Man erwartet von Christen Opfer und Verzicht, den Jesus in dieser Form nie gefordert hat. Zusammenfassend ist zu sagen, dass der gesamte Artikel den Begriff Naziräer in einen organisationsdienlichen Zweck presst und die Autoren einen erschreckenden Mangel an Verständnis darüber offenbaren, dass ein Naziräer ein Vorbild auf Christus ist. Christus war moralisch der wahre Naziräer. Er war der Heilige und anstelle des Genusses von irdischer Freude war er der Mann der Schmerzen. Aber er lebte für Gott und starb auch für die Sünde und wurde die prophetische Erfüllung der Opfer. Auch getaufte Christen sind im übertragenen Sinn Naziräer, allerdings nicht aufgrund zusätzlicher Gelübde, wie im Artikel angeregt wird, sondern als Geheiligte in und für Christus. Jesus sagte in Johannes 17, Vers 19, Ich heilige mich für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Und auch Paulus betont die Heiligkeit und das Abgesondertsein eines jeden Christen, wenn er in 1. Korinther 1, Vers 2 sagt, Paulus, den Gott zum Apostel von Jesus Christus berufen hat, und sein Mitarbeiter schreiben diesen Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth an alle, die durch Jesus Christus zu Gott gehören. Ja, ihr seid Gottes eigenes Volk, er hat euch berufen. Zu diesem Volk gehören auch alle anderen, die Jesus Christus auf der ganzen Welt als ihren gemeinsamen Herrn anrufen. zum nächsten Mal. zum nächsten Mal,